Könnte der Wesker nicht noch mal ein bisschen Kram da in den Raum legen? So wie letztes Mal, da hat er doch den Zettel geschrieben. Hey, ich hab dir voll viel hinterlassen und so. Könnte er ja mal wieder tun. Fände ich sehr nett. Ich werde es jetzt echt mal versuchen und die beiden Bienen austauschen. So, ja, Bienenköder. Ja. Nein. Dann, Moment, ich schau mir die erstmal an. Ein bienenförmiger Köder, er hat keinen Haken. Okay, er hat keinen Haken. Witzig, die Sache hat doch sowieso einen Haken, das weiß ich doch. Okay, jetzt hab ich die da eingesetzt und jetzt drücken wir den Schalter. Es passiert nichts. Vielleicht hat es etwas mit den präparierten Insekten zu tun. Okay. Ich nehm die mal wieder raus. Jetzt drück ich den Schalter. Es passiert nichts. Okay. Ah, dann muss ich die hier, ah, ich muss die hier wahrscheinlich, ah, Moment, Moment, Moment. Dann tausche ich die einfach mal aus. Ich setze den hier da ein. Okay. Und jetzt setze ich den anderen hier ein. Okay, und jetzt drücke ich den Schalter. Es passiert nichts. Vielleicht hat es etwas mit präparierten Insekten zu tun. Ja, was denn? Ah, da ist ein Haken. Ne, ne, ich sehe hier einen Haken. Ja, Angelhaken mitnehmen, sehr gut. Okay, diverse Angelhaken, ja, schön. So, dann nehm ich die nochmal mit. Genau, Köder ohne Haken. Ja, ja, okay. Dann hoffe ich, dass ich die beiden jetzt kombinieren kann. Okay. Nehme ich das da auf. Nein, 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 du sollst... Nein. Du sollst es da lassen. Genau, und jetzt drücke ich den Schalter. Ich hab Angst. Wow, was ist das denn? Uh, ii, geh weg. Au, geh weg. Oh, so eine blöde Biene, ne? Die kannst ja wohl mal... Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ich will das mitnehmen. Ich will das mitnehmen. Windwappen, jawoll. So, und jetzt raus hier. Hey, das hat doch mal funktioniert. Hier, sehr schön. Windwappen, Windwappen. Ich hab keinen Plan. So, das nehmen wir auch mit, wenn wir jetzt gerade schon mal auf dem Weg sind. Wir müssen sowieso nochmal zur Truhe. Und ich glaube, dann haben wir hier in der näheren Umgebung jetzt echt alles erledigt. Das mit dem Passepartout haben wir gemacht. Und das hier mit den Bienen jetzt auch. Und dann können wir, ja, endlich mal ein bisschen weitermachen. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht weiß, wo. Aber jetzt schaue ich mir erst mal das Windwappen an. Ich hatte jetzt wirklich gehofft, da ist irgendetwas für den Schmuckkasten drin. Windwappen prüfen. Es weist ein Windsymbol auf. Okay. Windsymbol, Windsymbol. Ich weiß es nicht. Das kommt erst mal weg. Können wir das... Ich denke immer, wir können das hier schon direkt kombinieren. Aber das geht anscheinend nicht. So, Schmuckkasten. Ja, aber schaut mal, das sieht doch so aus. Und ich möchte es nur mal ausprobieren, ob ich die beiden Dinge irgendwie kombinieren kann. Ne, funktioniert nicht. Okay. Ach. Mist. Kommt beides in die Truhe. So, nehme ich jetzt die Chemikalie wieder mit? Ich glaube schon, ne? Die Todesmaske ist Quatsch. Beim Windwappen habe ich absolut gar keine Ahnung, wo ich es einsetzen könnte. Deshalb... Ja, bleibt ja nur die Chemikalie, auch wenn ich nicht mehr weiß, wo der Ort ist. Aber da werde ich früher oder später schon hinkommen. So, Leute. Was müssen wir tun? Ich weiß es nicht. Wir brauchen die anderen Masken. Zwei Stück noch. So, was war da hinten in dem Raum? Was war dort hinten? Ach, hier. Ja. Ach, stimmt. Stimmt. Und da kommen wir da vorne wieder raus. Aber... Aber anscheinend haben wir hier noch nicht alles erledigt. Der... Das hatten wir doch schon. Ich bin der Meinung, das hatten wir schon. Ist der Raum jetzt grün? Ne, hier ist immer noch was. Ein altmodisches Grammophon. Die Schallplatte ist Jupiter. Ja, was zur Hölle soll denn noch hier sein? Die Seiten sind leer. Nö. Nö. Hier ist irgendwie gar nichts mehr. So, da war das mit den Rittern. Uah. Uah. Der kommt als Zombie wieder, der Typ. Der Richard, der kommt als Zombie wieder. Ich meine, wer soll das sonst sein, ne? Der da an die Tür klopft. Das kann ja nur er sein. So, Halle. Halle, Halle. Ich hab keine Ahnung, wohin, Leute. Ich hab keine Ahnung, was zu tun ist. Ja, die Sache mit den Chemikalien. Da könnte ich noch mal schauen, wenn ich da hinfinde. Und wenn es wirklich diese komische Tentakelpflanze ist. Ja, er läuft wahrscheinlich genau hier wieder rum, ne? Vor der Tür. Moment, muss ich durch die erste oder durch die zweite? Ich geh durch die erste. Schnell rein, schnell rein, schnell rein. Lass dich nicht von dem Zombie angreifen, bitte. So, hier sind wir jetzt. Die geht nicht auf. Warum nicht? Was brauchen wir dafür? Ah, sie ist von der anderen Seite verschlossen. Ja, wie um Himmels Willen komme ich denn auf die andere Seite? Das ist noch die Frage, ne? Hier läuft irgendwo dieser irre schnelle Typ rum. Da steht er nämlich. Ja, ja, da bist du. Ich seh dich. So, die da hinten ist verschlossen. Da geht's runter. Ja, komm her. Ja, komm her. Deutlich verbraucht. Für nichts. Lass mich bitte. So, wo komme ich jetzt nochmal hin? Ah, hier. Genau. Ja, Leute, wenn ich echt mal wüsste, wo das mit der Chemikalie war, ne? Äh, äh, doch, ich weiß es. Wenn ich zurückgehe... Stimmt. Ich glaube, da unten. Ich muss zurück. Und hier durch die andere Tür. Ich glaube schon. Ah, du Blödsack! Du blödsack! Geh rein, geh rein! Boah, so ein Sack, ne? Ich muss den doch echt mal irgendwie down bekommen, dass der mich nicht nervt. Das ist der Schlimmste hier. So, die war ja zu, weil... Weil-Helm-Symbol. Okay. Gut, gut. So, hier unten haben wir das Serum geholt. Das weiß ich noch. Und ich meine... Hier ging es doch auch weiter. Da war eine Tür, die auch verschlossen war. Die hier. Äh, die haben wir allerdings geöffnet. War da noch irgendwas drin? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Nee, das war dieser kleine... Das ist ein kleiner Raum, ne? Da war, glaube ich, nix. Stimmt. Ah, Kerosin. Gut. Bringt uns aber jetzt nichts. Nur alte Möbel. Okay, nur alte Möbel. Die brauchen wir nicht. Okay. War es die Tür? War es die Tür? Yay, genau. Ihr habt mir geschrieben, die Granate kann ich mitnehmen. Weil die einfach nur so einen Platz verbraucht, wie auch der Dolch. Also, keinen richtigen Inventarplatz. So, was war jetzt hier nochmal? Ah, jawoll. Jawoll. Kann ich die jetzt tatsächlich hier verwenden? Nein. Vielleicht stehe ich aber auch einfach durch. Oh, wow. Aua. Wasserpumpen. Ja, ich mache das jetzt einfach, Leute. Ich mache das jetzt einfach mal. So. Sie wird bewässert. Okay. Kann ich irgendwas machen? Nein. Ich stehe auch zu weit weg, glaube ich. Ich muss irgendwie näher dran, nur... Ich traue mich nicht. So. Das Wasser wird bereits... Ja. Pumpe einstellen. Ich probiere jetzt einfach alles aus. So. Ich hatte gerade Rot. Dann machen wir jetzt einfach mal Grün. Wow. Da ist ganz schön viel Kraut. Okay. Was hat das Grün gebracht? Ich bin mir da nicht so sicher. Okay, dann probieren wir jetzt mal... Achso, es gibt nur Rot und Grün. Okay. So, jetzt... Geht das Wasser an? Habe ich nicht irgendwie die Möglichkeit, die Chemikalie... Ja, genau. Genau, das wollte ich. Genau, das... Ja! Sehr gut. Boah, Leute. Ich bin... Gar nicht so blöd, ne? Das überrasche ich jetzt, dass das funktioniert hat. Ne, das war eigentlich logisch, aber... Oh, cool. Kann ich das jetzt doch ausstellen? Nicht, dass sie jetzt wieder hier zum Leben erwacht. Ja, geil! Die nächste Maske! Die nächste Maske! Oh, super! Oh, super! Ich freue mich voll, wenn es vorangeht. Ja, ja, nimm sie mit! Nimm sie mit! Nimm sie mit! So, ich denke... Ja, wir nehmen einfach mal eins mit. Boah, hier ist voll viel, ne? Das müsste ich alles in die Truhe schaffen. Soll ich das mal eben machen? Ich meine, dann haben wir es, ne? Das ist so blöd, wenn das hier rumsteht... Und ich irgendwann Heilung brauche und eventuell... Der Zombie ist weg. Es war klar. Es war klar. Geh weiter, geh weiter, geh weiter. Renn ran vorbei. Ich wollte nochmal eben schauen, was hier hinten ist. Ah, hier war nämlich... Ah! Hier war doch noch so eine Tür, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich muss mal eben schauen. Äh, da kommen wir zurück in den Gang. Okay, und die andere führt uns... Wohin? Ich weiß es gerade nicht. Ach, ja, hier! Ne, hier... Ja, ja, das Regal ist voll mit hochprozentigem Alkohol. Das ist sehr schön. Hier möchte ich aber gar nicht hin. Ich glaube... Oh, ja, genau! Wah! Schieß! Schieß schneller! Weg, 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 weg! Nimm die Granate! Blende beide! Wow, 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 wow! Passiert da was? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich muss ich draufschießen. Ich probiere es mal. Yo! Der Sack hier noch. So, Kerosin. Geht wieder nicht. Oh Gott, mein Zustand ist kritisch, Leute. Geht es immer noch nicht? Doch, jetzt geht es. Oh, bitte verbrenn dich nicht, Chris. Bitte, 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 bitte. Sehr gut. Äh, so. Oh, ihr habt mir geschrieben... Das ist gar keine Tür hier. Ich glaube, ihr habt mir zu der Stelle hier was geschrieben, dass ich da eine Tür übersehen hätte. Ja, genau, hallo, mein Freund. Ich bin der Meinung, hier muss noch irgendwas sein. Ich schaue nochmal eben. So, wir sind... Da ist eine graue Tür. Hier? Ah, hier. Ja, noch ein Dolch. Sehr gut. Was ist hier? Oh, sie geht sogar auf. Bitte, lass da kein Zombie drin sein. Mein Zustand ist kritisch und... Äh, was ist das denn? Wow. Hier ist seine Inschrift. Ein Tiger im Glanz des blauen und gelben Lichts. Ah, da brauchen wir den Edelstein. Den blauen. Okay. Gut, hier brauchen wir echt den blauen Edelstein. Das ist gut zu wissen. Ja, gut, dass ihr mir das geschrieben habt. Dass hier eine Tür ist, ich hätte sie wahrscheinlich übersehen. So, jetzt wünsche ich mir gerade einfach nur heil hier nach oben zu kommen, zur Truhe. Oh, bitte, lass hier jetzt kein Zombie mehr kommen. Das wäre so fies, wenn der vorne hier jetzt aufsteht. Ah, sehr gut. Ja, ich weiß, dass er schon ein paar Stunden tot ist. Yay, sehr gut. So, Truhe. Ich werde jetzt erstmal die Maske hier wegpacken. Ähm, was wollte ich tun? Haben wir nur grünes Kraut? Haben wir kein... Ah, doch. Hier ist nur ein rotes. Ach, Mann, dass man das nicht direkt kombinieren kann, ne? So, das werde ich mal ganz schnell kombinieren. Sehr gut. Und verwenden. Bin wieder gesund. Ach, Quatsch. So, und jetzt mache ich tatsächlich mal... Ne, das nicht. Hier eine kleine Tour, wo ich das Kraut hierhin transportieren werde. Vier freie Plätze. Ich glaube, da waren auch vier Kräuter, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe es. Laden wir mal eben kurz nach. Ja, weil das muss jetzt echt sein. Sonst steht das Kraut da rum. Das wäre total doof. Deshalb, ja. Machen wir jetzt einen kleinen... Eine kleine Bringdienst-Lieferung-Pfad. Wie auch immer. Und der blaue Edelstein. Oh, toll. Dann weiß ich direkt, was ich als nächstes hier nutzen muss. Und blöd nur, dass ich keinen gelben habe. Das ist ein bisschen doof. So. Sehr gut. Die Pflanze ist immer noch ruhig. Ja, das nehmen wir mit. Ist das eigentlich... Nimmst du den Rest auch mal bitte mit, Chris? Ja, nehmen wir auch mit. Na, komm schon. Ist das da hinten eigentlich noch eine Tür? Da, wo die Maske drauf saß? Nee, ne? Sieht irgendwie nicht so aus. Oder? Nee, da sagt ja auch nichts mehr zu. So. Ja, sehr schön. Wow, ich glaube Heilung haben wir doch eigentlich einiges, ne? Wenn ich da immer mal was mitschleppe oder schnell genug eine Truhe finde, dann dürfte die Heilung gar nicht so das Problem sein. Sage ich jetzt zumindest. Wer weiß, wie sich das noch entwickelt. Ich habe echt die Befürchtung, dass dieser Typ hier irgendwann noch aufstehen wird. Auch wenn er natürlich seit Stunden schon tot ist. Ach, Mann. Ich drücke hier immer den falschen Knopf, ne? Das ist so grünes Kraut. Und nochmal grünes Kraut. Und nochmal grünes Kraut. Und nochmal grünes Kraut. Nein, das wollte ich noch gar nicht. Ich wollte nämlich... Was wollte ich? Ich wollte mir die Farbbänder schnappen. Und... Was noch? Windwappen, Todesmaske, Schmuckkasten, Rüstungsschlüssel auf jeden Fall. Treibstoffkanister. Den können wir hier ja jetzt gerade sowieso nicht auffüllen, ne? Nee. Gut, Leute. Ich werde auf jeden Fall speichern. Jo. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge wieder. Ich bin sehr froh, dass das jetzt doch so gut geklappt hat. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, für eure ganzen hilfreichen Kommentare. Und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.